wie du vielleicht weißt bin ich seit über 30 jahren auch als apothekerin tätig und in diesem video möchte ich dich über etwas wichtiges aufklären was immens wichtig für eine gute beständige arzneimitteltherapie ist und leider durch verschiedene bestimmungen gefährdet wird und das solltest du unbedingt wissen und wenn dir das video gefällt freue ich mich wie immer aber einen daumen hoch natürlich dein abo und über nette beiträge importquoten rabattvertragsartikel festbeträge preisgrenzen hersteller rabatte und apotheken rabatte all das sind mechanismen mit denen die gesetzlichen krankenkassen auf die auf kassenrezept verordneten arzneimittel geld sparen wollen was das zeug hält die rabatte die die krankenkassen kassieren sind immens bei den sogenannten rabattvertragsartikeln bis zu 30 prozent auf den hersteller abgabepreis es wird damit ein kolossaler preisdruck ausgeübt und das alles obwohl die arzneimittel kosten gerade mal zwei prozent der gesamten krankenkassen ausgaben ausmachen rabattvertragsartikel funktionieren so jede krankenkasse schließt für eine große anzahl von medikamenten rabattverträge mit willigen firmen rabattverträge werden mit firmen geschlossen die bereits sind den krankenkassen später noch rabatte im zweistelligen bereich also bis zu 30 prozent auf die abgegebenen medikamente zu bezahlen diese verträge werden immer wieder in abständen von einige monaten neu ausgeschrieben und neu verhandelt mittlerweile gibt es mehr als 27.000 rabattverträge die etwa vier fünftel der gesamten arzneimittelversorgung in deutschland abdecken kunden müssen sich nicht selten innerhalb eines jahres mehrfach umorientieren und ihr medikament von neuen von anderen firmen akzeptieren daher kann es sein dass sich deine medikation zwar natürlich nicht im wirkstoff verändert aber dass du häufiger deine medizin von einer anderen firma bekommst das sind dann packungen die du nicht kennst und manchmal stehen auch völlig anderen namen auf der arzneimittelpackung aber keine angst der wirkstoff und die stärke müssen immer identisch sein auch darf die freisetzung nicht grundsätzlich anders sein also eine retard tablette das sind tabletten die den wirkstoff verzögert also retardiert abgeben bleibt retard tablette aber eine disperse tablette die in wasser zerfallen kann wird dann mit normalen tabletten die nur im ganzen geschluckt werden können über einen kamm geschoren oder auch sublingual tabletten die zur schnellen freisetzung im mund zergehen werden mit normalen tabletten zum schlucken in eine gemeinsame rabattvertragsgruppe gepackt von den vielen inhalationssystemen zur therapie von atemwegserkrankungen ganz zu schweigen was spricht gegen diese art von sparwut der krankenkassen das wichtigste oder vielleicht für dich das unwichtigste wir müssen in der apotheke eine unglaubliche anzahl von verschiedenen firmen von ein und demselben wirkstoff vorrätig haben oder es muss alles bestellt werden zweitens du bekommst wie schon gesagt häufig andere firmen die verpackung sieht anders aus patienten verwechseln dann nicht selten die medikamente oder nehmen sie doppelt ein oder sind so misstrauisch dass sie das neue das unbekannte lieber erst mal gar nicht nehmen das habe ich alles schon so mitbekommen zum dritten tabletten lassen sich unterschiedlich gut teilen je nach firma oder auch schwerer aus diesem blister herausdrücken oder schlucken weil sie größer kleiner rauer bröckeliger und vieles mehr sind viertens es können unverträglichkeiten entstehen wo vorher bei der anderen firma gar keine waren weil die hilfsstoffe in den präparaten unterschiedlich sein dürfen es wird ja nicht nur der wirkstoff in eine tablette verpresst der wirkstoff muss mit zahlreichen anderen pilferchen gemischt werden um daraus überhaupt eine tablette oder kapsel herstellen zu können tropfen oder säfte schmecken anders manchmal auch einfach scheußlich und bei produkten die inhaliert werden kann es sein dass die ganze anwendung neu gelernt werden muss weil die inhalatoren ganz anders funktionieren und und das ist sehr wichtig weil nicht bekannt und daher nicht berücksichtigt die konzentration des medikaments in deinem blut nachdem du eine tablette geschluckt hast und damit die wirkung und verträglichkeit die können spürbar schwanken wenn du die firma wechselt das hat folgenden hintergrund wenn ein wirkstoff entwickelt und als medikament zugelassen wird dann hat er für einige jahre ein patent schutz keine andere firma darf diesen wirkstoff herstellen und ein eigenes medikament damit vermarkten nach ablauf des patent schutzes kann das medikament dann von anderen firmen ebenfalls hergestellt werden und die medikamentenpreise die fallen dann natürlich teilweise ins bodenlose die generiker firmen profitieren natürlich davon dass sie selbst kein geld in die forschung und entwicklung von neuen wirkstoffen investieren müssen und können so viel günstiger anbieten jedes dieser nachgemachten medikamente muss aber wieder zugelassen werden und bestimmte standards erfüllen und jetzt kommt die nachgemachten medikamente müssen natürlich ziemlich ähnliche eigenschaften haben wie das original das heißt nicht nur die auf der packung beschriebene menge des wirkstoffes muss gleich sein sondern auch die menge die tatsächlich im blut ankommt denn je nachdem wie man eine tablette herstellt je nach hilfsstoffen je nach druck beim verpressen und so weiter zerfällt und löst sich die tablette leichter und der wirkstoff kann schneller über den darm in ein blut gelangen als bei anderen tabletten und noch krasser wird es wenn die tablette eine kontrollierte freisetzung haben soll zum beispiel bei retart tabletten die den wirkstoff verzögert und damit über einen längeren zeitraum freisetzen sollen man nennt diese vergleichbarkeit bioäquivalenz die bioäquivalenz des generikums sollte am besten identisch mit dem des original präparates sein das wäre toll aber die gesetzlichen bestimmungen sehen vor dass sowohl der maximale blutspiegel des arzneistoffes wie auch die gesamtmenge an arzneistoff der insgesamt ins blut gelangt ziemlich vom original abweichen darf zwischen 20 prozent weniger und höchstens 25 prozent mehr darf das nachgemachte medikament vom original abweichen dann gilt es tatsächlich noch als identisch im sinne der bioäquivalenz hier hat ein patient das original präparat also das ursprünglich entwickelte präparat erhalten er nimmt es ein und du siehst dass nach einer stunde er diesen blutspiegel hat es werden immer weiter seine blutspiegel gemessen und die werden dann eingezeichnet und nach zweieinhalb stunden ist noch so viel wirkstoff im blut und nach fünf stunden dann noch so viel jetzt bekommt er den gleichen wirkstoff von der anderen firma und die kurve sieht zum beispiel so aus der wirkstoff gelangt deutlich später ins blut die kurve ist insgesamt viel flacher das heißt die wirkmenge im blut ist geringer aber dafür bleibt eine gewisse konzentration im blut über einen längeren zeitraum bestehen je nach wirkstoff kann man diese beiden verläufe als patient deutlich merken entweder in der zu geringen wirkung die kurve wird ja nie so hoch wie beim original oder aber der patient nimmt die nächste tablette zu früh weil so vom original gewohnt und verordnet und da war der blutspiegel ja schon wieder weiter unten hier ist aber noch deutlich wirkstoff vorhanden und eine neue tablette obendrauf könnte hierfür zu viel wirkstoff in der ersten zeit sorgen die grüne kurve zeigt ein drittes vergleichbares wirkstoffgleiches präparat identischer stärke was sehr schnell ins blut übergeht höhere wirkstoff spiegel zeigt und damit schneller nicht mehr im blut nachweisbar ist es ist nicht so dass es nur die eine richtige freisetzung gibt dass es ein richtiges medikament gibt und alle anderen qualitativ schlecht wären aber wenn du immer wieder wechselst dann kann es sein dass du diese änderungen mitmachen musst also es sind erhebliche schwankungsbreiten erlaubt bei nicht wenigen wirkstoffen kann man das spüren ob man das präparat mit einer bio verfügbarkeit von 80 prozent erwischt hat und man im extremfall bei der nächsten verordnung das generikum mit einer bio verfügbarkeit von 125 prozent bekommt so extrem müssen die unterschiede bei den verschiedenen stoffen generika natürlich nicht oft sein aber es ist möglich und man weiß es einfach nicht es gibt eine menge arzneistopfe für die das er überhaupt nicht wichtig ist aber die vielen anderen die werden einfach so über einen kamm geschoren wenigstens bei einer handvoll wirkstoffen darf nicht mehr nach diesen kriterien ausgetauscht werden da hat man eingesehen dass die möglichen schwankungsbreiten zu starke therapeutische probleme machen könnten das sind wirkstoffe die eine geringe therapeutische breite haben das heißt es besteht nur ganz wenig spielraum zwischen einem gut wirksamen blutspiegel und einem toxischen oder unwirksamen blutspiegel hier stehen die wirkstoffe die unter diese ausnahmeregelung fallen die ärzte müssen dann die firma explizit dazu schreiben und wir dürfen auf keinen fall eine andere firma wählen nur während der corona zeit gab es da mal ausnahmen wenn diese firmen nicht lieferbar wären dann müssen die arztpraxen das rezept erst ändern bevor wir in der apotheke wieder aktiv werden dürfen so ist weitestgehend gewährleistet dass eine qualitativ gleichwertige fortlaufende therapie stattfindet falls du mit deiner therapie auf einmal probleme bekommst was kannst du tun um diesen firmenkarussell zu entgehen da wir in der apotheke verpflichtet sind die rabattvertragsartikel zu nehmen wenn sie verfügbar sind wir bekommen die medikamente sonst nicht erstattet hast du nur folgende möglichkeiten du kannst dir im einzelfall wenn schwierigkeiten durch den wechsel auf eine andere firma aufgefallen sind von der praxis das kreuz in diesem out-iden kästchen links neben dem medikament eintragen lassen dann dürfen wir unter keinen umständen eine andere firma nehmen als die verordnete das klar das gilt auch für das e-rezept doof ist nur wenn dann ausgerechnet diese firma nicht lieferbar ist am besten checkst du das durch einen anruf in deiner apotheke vorher und lässt er das medikament schon für dich reservieren auch gut ist es wenn du bei deiner apotheke vor ort ein personalisiertes kundenkonto anlegst und mit den mitarbeitern darüber sprichst dass du eher keinen ständigen firmenwechsel bei den medikamenten möchtest bei uns wird bei patienten mit kunden karte immer angezeigt was beim letzten mal abgegeben wurde und wir richten uns dann gerne wenn möglich danach falls doch die rabattvertragsfirmen gewechselt haben sollten das kann ja mal passieren kann man denn immer noch ein rezept mit out-idem kreuz vom arzt erbitten wenn die patienten schon einmal schlechte erfahrungen mit einer anderen firma gemacht haben leider darf der arzt auch nicht wie wild und beliebig oft diese out-idem kreuze setzen auch da haben die krankenkassen ein auge drauf und kontrollieren die motivation für häufige dieser verordnung ich möchte auch mal darauf hinweisen dass die vergütung die firmen für produkte ohne patent schutz erhalten extrem gering ist für viele blutdruck medikamente manche psychopharmaka schmerzmittel beträgt die firmenvergütung wenige euro pro 100 tabletten und dann werden davon noch prozent im zweistelligen bereich gegeben ich glaube da braucht man nichts mehr zu sagen das kann nur noch in sehr großen mengen von lohnherstellern in billiglohnländern gestemmt werden die ballung der herstellungskapazitäten und die fast völlige verlagerung ins weit entfernte ausland sind mit ein grund für die immer wieder auftretenden lieferengpässe und auch zusammenbrechende lieferketten die dann einfach alternativlos sind es gibt natürlich auch andere gründe dass es zb probleme mit der freigabe einer wirkstoffcharge gibt die übrigens auch nur noch von wenigen spezialisierten firmen hergestellt werden die wirkstoffe auch so eine zentralisierung denn die medikamentenhersteller synthetisieren meistens nicht mehr die wirkstoffe selbst ich fasse noch einmal zusammen der sparwille der krankenkassen in bezug auf die arzneimittelfirmen hat meiner meinung nach extreme züge angenommen die schon ihre auswirkungen am markt zeigen die sogenannten rabattverträge sind auch nicht die einzigen rabatte die die gesetzlichen krankenkassen erhalten längst nicht jeder patient und jede patientin bemerken einen wechsel der firmen bei der medikation also musst du überhaupt keine angst haben aber wenn ein problem auftritt dann kannst du den eben beschriebenen umstand mal mit ins auge fassen und das rezept entsprechend ausstellen lassen es ist einfach wichtig dass du auch diese hintergründe kennst alles liebe ja